Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen? Und das fast wie von selbst? In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in einem Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft. Folge Nummer 332 mit dem Titel Machtspiele im Verkauf, wie du dich gegen dominante Gesprächspartner durchsetzt und in Gesprächen die Oberhand behältst. Stell dir Folgendes vor, eine junge Verkäuferin, sagen wir mal, sie ist 25, sieht aber jünger aus, vielleicht wie 18 oder 19, eher zierlich von der Figur, hübsch, lange blonde Haare, eher leise Stimme, ein bisschen schüchtern wirkend, also sicher ein bisschen Extremfall von der Wirkung her, geht zum ersten Mal zu einem Kunden, Key Account, Einkaufsleiter auf Vorstandsebene, 60 plus, wird empfangen in seinem Vorstandszimmer, großer Schreibtisch, alles gespickt mit Insignien, der macht er selber, Anzug, grau medierte oder graue Haare, imposantes Auftreten und wichtiger Kunde gibt viel Geld aus oder sollte viel Geld ausgeben bei dem Unternehmen der Verkäuferin. Was sich hier zeigt, ist ein von Beginn an ungleiches Machtverhältnis oder Kräfteverhältnis. Das Status des Einkäufers ist gefühlt deutlich höher als der der Verkäuferin. Die äußerliche Erscheinung und Ja-Äußerlichkeiten spielen in diesem Zusammenhang durchaus eine Rolle, da kommen wir später noch darauf zurück, ist auch recht unterschiedlich und dann ist er vielleicht sogar noch vom Typus her sehr dominant. Dann würde ich sagen, hat die Verkäuferin eine ganze Menge zu tun und eine wirkliche Aufgabe hier, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen, zumindest geschweige denn in so einem Gespräch sogar die Oberhand zu behalten. Und im heutigen Podcast geht es genau darum, wie kannst du dich gegen durchaus auch dominantere Gesprächspartner im Verkauf durchsetzen oder zumindest nicht vollkommen untergehen. Das ist auch gleichzeitig das Thema und der Titel, nämlich Machtspiele im Verkauf, 101 plus Taktiken der Verkaufspsychologie, um in jedem Kundengespräch die Oberhand zu gewinnen. Meines brandneuen Buches, das, so Gott und Amazon will, seit dieser Woche auf Lage sein sollte und bestellbar sein sollte. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes und so ein kleines Best-of aus dem Buch habe ich dir heute mitgebracht. Es geht also um all die Situationen, wo du als Verkäufer oder Verkäuferin so das Gefühl hast, dass du ein bisschen zu klein bist oder dich zumindest zu klein fühlst, der andere dominant ist und dir die Kontrolle des Gesprächs vollkommen aus der Hand nimmt und im Extremfall sogar mit dir macht, was er will. Und das ist nicht gut. Aber ich weiß, in den meisten Fällen, und das ist vermutlich auch bei dir so, ist es ja so, dass die Kunden ohnehin nett sind, teilweise freundschaftlich verbunden und ja, da brauchst du diese Dinge, ich sage mal, nicht unbedingt. Wenngleich nett heißt ja nicht unbedingt, dass der Gesprächspartner nicht dominant ist. Manche schaffen ja etwas, sehr nett und gleichzeitig sehr dominant zu sein. Aber ja, es gibt ein wenig Gespräche, hoffe ich, wo du das alles, was in dem Buch ist, nicht brauchst, weil du auch so gut zurande kommst. Aber da gibt es eben auch die anderen, wo der Kunde nicht dominant ist, wo er nicht nett ist, wo er vielleicht dominant fordernd ist, wo er mit allen möglichen, teilweise auch sehr schmutzigen Tricks arbeitet, um dir das Gespräch und die Kontrolle aus der Hand zu nehmen und die Oberhand zu behalten. Und genau dafür ist dieses Buch Gold wert. Und wenn du solche Gespräche ab und an hast, dann lohnt es sich definitiv, hier reinzulesen. Das erklärte Ziel in einem Gespräch, in einem Verkaufsgespräch, sollte nicht nur der Abschluss sein, klar, logisch, wir wollen Umsatzhörige und Geschäfte machen, sondern vor allem auch auf dem Weg dorthin die Kontrolle über das Gespräch zu behalten, als Verkäufer auf Augenhöhe ein Gespräch führen zu können. Das bedeutet nicht arrogant oder unhöflich zu sein oder überheblich, also über Augenhöhe, sondern einfach selbstbewusst und die Zügel zu möglichst jederzeit in der Hand zu haben. Das heißt nicht, dass das Gespräch nicht mal nach rechts oder nach links gehen kann und der Kunde auch ein Stück weit immer wieder mal das Gespräch führen darf, führen im Sinne von die Führung haben. Aber insgesamt solltest du als Verkäufer die Führung im Gespräch haben. Und mit den Tools aus dem Buch wird dir das auch sehr viel leichter gelingen. Was sind die Probleme? Aus der verkäuferischen Praxis, wie ich sie immer wieder von Verkäufern höre, oder auch beobachte in Echtsituationen mit Kunden, aber auch als Kunde zum Teil ja selber, wenn ich irgendwo was einkaufen gehe, kannst du übrigens auch, beobachte mal, ob du das Gefühl hast, der Verkäufer ist auf Augenhöhe oder unterhalb, unter dir, quasi unterwürfig, fühlt sich möglicherweise zu klein oder ist arrogant. Und weder arrogant noch unterwürfig ist gut. Aber ich beobachte es auch, sogar in Übungen, in Seminaren und Trainings zeigen sich diese Verhaltensmuster tendenziell sehr stark und sind sehr viel verbreiteter, als wir meinen. Wovon spreche ich? Dass Verkäufer nicht ausreichend vom eigenen Angebot überzeugt sind und sich daher so manchem Kunden gegenüber klein oder zu klein fühlen. Dass es oft zu wenig Selbstbewusstsein gibt und das dann auch ausgestrahlt wird, nämlich das zu wenige Selbstbewusstsein. Wieder Verkäufer machen sich klein. Zeigt sich dann auch, dass die Sprache und auch die Körpersprache von Weichmachern nur so strott, dieses eigentlich gegebenenfalls möglicherweise, ist nicht nur, wie ich schon öfter mal in Podcasts, in Podcastfolgen gebracht habe, in Preisgesprächen relevant, sondern ganz generell. Weichmacher schwächen dich. Und je mehr du sie unbewusst verwendest, bewusster Einsatz ist nun mal was anderes, aber je mehr du sie unbewusst verwendest, umso kleiner und schwächer wirkst du. Viele Verkäufer sagen mir durchaus auch und geben das zumindest unter vier Augen zu, dass sie sich bei großen, wichtigen, dominanten Gesprächspartnern manchmal wie Bittsteller vorkommen. Ist dir das auch schon mal passiert? Könnte gut sein. Und ich muss gestehen, in meiner Vergangenheit, in all den Jahrzehnten, wo ich schon im Verkauf bin, ist mir das ganz sicher immer wieder mal passiert. Viele Verkäufer sind schlecht vorbereitet auf sehr spezielle Situationen, auf die wir dann noch eingehen werden, aber auch auf Einwände und sind ratlos, wie sie sich verhalten wollen, sollen und überfordert im Gespräch selber. Klar, wenn du nicht vorbereitet bist, die besten Ideen kommen dir in einem Gespräch, wo es um vielleicht richtig Geld geht und wo ein gewisses Stresslevel da ist, nicht. Und was noch dazu kommt, du hast eben nicht immer einen ganz netten und sanften, streichelweichen Gesprächspartner dir gegenüber sitzen, sondern bisweilen gut, top ausgebildete Profis auf der Einkaufsseite, die einfach hier mehr rausholen wollen für sich aus dem Gespräch und aus dem Angebot. Was ja durchaus legitim ist, das ist ja auch deren Job. Nur du musst halt darauf achten, dass du mindestens so gut ausgebildet und aufgerüstet bist wie diese Gesprächspartner, um hier Parole bieten zu können und die Zügel vielleicht nicht immer, aber immer wieder in der Hand zu behalten und die Kontrolle im Großen und Ganzen über das gesamte Gespräch auch zu haben. Dieses Verkaufsgespräch in solchen Situationen ist letztlich ein Spiel um Status und Macht. Manchmal ein Gerangel um Status und Macht. Beginnt schon vor dem Gespräch, also schon bei der Einladung, schon bei der Terminvereinbarung beginnt das und vielleicht sogar auf der einen oder anderen Ebene noch vorher. und ja, jetzt kann man sagen, das ist aber nicht gut, weil ja, es sollte doch alles sehr, wie soll ich sagen, harmonisch ablaufen und freundschaftlich und so weiter und so fort. Ja, gebe ich dir recht, stimmt, beziehungsorientiert, klarerweise, aber was willst du denn tun, wenn dein Gesprächspartner das anders sieht oder das Spiel eben auf seine Art und Weise spielt? Dann brauchst du Vorgehensweisen und Strategien, mit denen du gegenhalten kannst. Das heißt, das Spiel wird sowieso immer gespielt, das Spiel um Status, das Spiel um Macht. Ziel, das ich auch mit dem Buch verfolgt habe, ist, dass du es ein Stück weit bewusster spielen kannst, dass es dir auffällt, was da läuft und dass du es bewusster spielen kannst und besser wirst bei dem Spiel. Das ist so die grundlegende Idee dabei. Und dazu habe ich auch heute in der Podcast-Folge noch einige Tipps mitgebracht. Und in diesem Spiel um Status und Macht spielen verschiedenste Dinge eine Rolle. Zum Beispiel die Orte. Es macht einen Unterschied, ob du über einen Auftrag in deinem Meetingraum oder in deinem Büro verhandelst oder beim Kunden. Da gibt es schon von Beginn an mal einen Machtunterschied. Man spricht ja auch von Hausmacht. Das heißt, bei dir hast du mehr Macht, wenn es beim Kunden ist, hat der mehr Macht. Das ist kein K.O.-Kriterium, aber es ist halt ein Puzzlestein in diesem ganzen Gesamtbild. Körpersprache spielt eine enorme Rolle, einfach schon aus dem Grund, weil sie uns unbewusst ist. Wir achten nicht permanent auf unsere Körpersprache, aber wir sprechen sie permanent. Und das meiste davon läuft unbewusst. Und da kommt halt unser Gefühl durch. Das heißt, wenn wir uns klein fühlen im Kunden gegenüber, wenn wir uns als Bittsteller fühlen, dann zeigt sich das in der Körpersprache. Aber nicht nur in der Körpersprache, auch in der Stimme und Sprechweise. Nicht nur, was du sagst, ist entscheidend, sondern auch, wie du es sagst. Welchen Tonfall, welche Stimme, welche Tonhöhe, mit welcher Intensität und so weiter und so fort. Also viele, viele, auch da, sage ich hochkartig, unbewusste Dinge, die dir mehr Status geben oder auch Status rauben oder mehr Macht geben oder auch dir Macht nehmen. Dein Äußeres ist unglaublich wichtig. Wie trittst du auf? Was hast du an? Deine Kleidung macht einen wesentlichen Unterschied und erhöht deinen Status oder senkt ihn auch. Und nochmal, natürlich ist das alles oberflächlich, könnte man sagen. Falls du das denkst, ich gebe dir absolut recht. Nur, was soll ich sagen? Es ist halt so. Und ob wir das für oberflächlich halten oder nicht, es hat eine massive Auswirkung. Deine Vorbereitung spielt eine erhebliche Rolle, ob du dieses Spiel erfolgreich oder weniger erfolgreich spielst. Alle Arten von schriftlichen Dingen spielen eine Rolle. Eine Agenda, eine Zusammenfassung, ein Protokoll nach einem Gespräch, vielleicht nach einem wichtigen Gespräch oder Verhandlung, all das spielt eine Rolle. Wer schreibt die Agenda? Wer präsentiert die Agenda? Wer verfasst das Protokoll? Wird überhaupt eines verfasst? Und so weiter und so fort. Vorgehensweisen, Strategien, Taktiken, aller Art, vorm Gespräch, während des Gesprächs, nach dem Gespräch. Wie gehe ich mit Unterbrechungen um? Wie gehe ich mit schmutzigen Tricks, die der andere vielleicht mit mir spielen möchte um? All das findest du sehr ausführlich im brandneuen Buch, Machtspiele im Verkauf. Ich war selbst erstaunt beim Schreiben, auf wie viele Themen und Punkte und Strategien ich da gekommen bin. Ich dachte von Beginn an nicht, dass es so umfangreich wird. Es sind insgesamt über 200 Seiten mit eben über 100 Strategien, über 101 Strategien zusammengekommen. Ein paar davon jetzt für diese Podcast-Folge. Was ist zum Beispiel relativ häufig? Der Kunde lässt warten. Das kann entweder die, ich sag mal, normale, sanfte Art sein, wo der Kunde halt einfach seine Zeit schlecht geplant hat, Meeting länger gedauert hat und er einfach verspätet ist, in irgendeiner Form im Verkehr gesteckt ist. Das, sag ich mal, ist weniger dramatisch. Nicht ganz undramatisch, aber weniger dramatisch, weil das passiert halt. Es gibt aber auch die verschärfte Variante, wo der Kunde, vielleicht ein Einkäufer, dich ganz bewusst warten lässt und du spürst das oder weißt das auch. Es hat mir mal ein Einkäufer erzählt, eigentlich ein Verkäufer, der früher, was das witzige war, früher Einkäufer war in einem großen Stahlbetrieb, hat gesagt, er hat das zum Teil sogar so gemacht, er hat Verkäufer anreisen lassen für einen Termin, hat sie dann warten lassen und hat sie dann wieder nach Hause geschickt, weil er dann doch nicht konnte, um einen neuen Termin zu vereinbaren. Das sind natürlich ganz extreme Machtspielchen. Aber einfach nur, um zu sagen, sowas gibt es auch, vielleicht und hoffentlich nicht bei dir, in deiner Realität, aber das gibt es und auch auf sowas solltest du in irgendeiner Form vorbereitet sein. Wie gehst du damit um? Also, Kunde lässt dich warten oder mehr oder weniger unverschuldet oder auch geplant und gezielt. Da stellt sich natürlich die Frage, wie lange wartest du und was machst du dann? Also, ein paar Ideen dazu. Erstens, könntest du den Kunden dann auch warten lassen. Was bedeutet das? Du wartest zum Beispiel klassischerweise im Empfangsbereich irgendwo oder in einem Meetingraum. Sag mal, du wartest im Meetingraum und der Kunde kommt dann rein. Du hörst ihn vielleicht dann schon reinkommen, die Tür öffnen. Dann solltest du dich ganz rasch oder vielleicht musst du sowieso beschäftigen. Zum Beispiel eine Nachricht auf deinem Smartphone schreiben oder vielleicht sogar dich hingesetzt haben, in den Meetingraum dein Laptop aufgeklappt haben und dort arbeiten. Und wenn der Kunde dann kommt und dich über die Maßen warten hat lassen und du dir denkst, das war jetzt Absicht und es gibt eine gezielte Taktik, um dir ein bisschen Respekt einzuflößen oder an Macht zu rauben, dann arbeite weiter, wenn der Kunde kommt. Jetzt nicht eine Viertelstunde, aber zumindest, ich würde mal sagen, ein paar Sekunden, so fünf bis zehn Sekunden. Spring nicht sofort auf, klappe nicht sofort den Laptop zu, sondern lass den Kunden ein bisschen warten. Das bringt dich wieder ein Stück mehr auf Augenhöhe. Das Zweite, was du tun kannst, ist, warte es zum Beispiel im Rezeptionsbereich, deine eigene knappe Zeit kommunizieren. So könnte es zu dem Herrn oder zu der Dame im Empfang sagen, wenn sie so nett sind, den Herrn May noch ausrichten. Ich habe danach noch einen Termin und nachdem wir eine Stunde brauchen für das Gespräch geplanterweise, kann ich jetzt noch bis da und dahin warten. Das heißt, kommuniziere, dass du einen Termin hast und dass du nicht ewig hier warten kannst. Und wenn es zu lange dauert, vereinbare einen neuen Termin. Sehr viel besser, das zeigt Selbstbewusstsein, das zeigt, du bist auch was wert, deine Zeit ist auch was wert und es ist sehr viel besser, als dann vielleicht durch ein Gespräch durchzuhetzen in einer halben Stunde, für das du normalerweise eine Stunde gebraucht hättest. Also lass nicht alles mit dir machen, in Sachen warten lassen, überlege dir, was du tun könntest und mach das dann auch. Und solche und ähnliche Ideen findest du in Hülle und Fülle im aktuellen Buch, machst du wieder im Verkauf. Zweite Sache, was ist, wenn der Kunde von Haus aus Status höher ist? Aus welchen Gründen auch immer, Gespräch ist bei ihm, er ist auf Vorstandsniveau, du nur unter Anführungszeichen nur ein einfacher Verkäufer, in Siegen in der Macht, Vorstandsgroßer Vorstandsschreibtisch, großer Ledersessel, du davor auf dem Besucherstuhl, deutlich kleiner, du kennst das. Das ist schon von der Ausgangssituation nicht ideal. Was kannst du tun, um hier ein Stück weit auf Augenhöhe zu kommen? Mehrere Dinge. Erstens könntest du vielleicht auch gleich zu Beginn etwas verlangen. Du könntest Forderungen stellen. Das muss jetzt gar nichts mit deinem eigentlichen Verkaufsgespräch zu tun haben oder was Inhaltliches sein, sondern sowas wie, wenn du es nicht sowieso angeboten bekommst, einen Kaffee verlangen. Auf nette Art und Weise, klarerweise, logisch. Oder ein Wasser, mein Wasser kann dir niemand abschlagen. Oder auch einen Tee, wenn dir Kaffee angeboten wird, statt den Kaffee einfach nur auszuschlagen, stattdessen was anderes zu verlangen. So nach dem Motto, ja, einen Kaffee lieber nicht, Dankeschön, hatte ich schon zwei heute, aber wenn sie einen Tee hätten, das wäre wirklich toll. Und wenn du es noch ein Stück weit auf die Spitze treiben willst, dann vielleicht einen schwarzen Tee, wo du noch extremer sein willst, dann vielleicht mit einem Schuss Milch oder ein Stück Zucker, ist gar nicht so extrem, ein Stück Zucker ist relativ leicht, oder eine spezielle Teesorte. Und da geht es jetzt nicht darum, eine Tee-Zeremonie zu machen, sondern etwas zu verlangen und damit ein Stück weit mehr die Kontrolle im Gespräch auf deine Seite zu verlagern. Weil du verlangst was, der Kunde macht, erfüllt deinen Wunsch oder lässt erfüllen. Die Extremwadiante, die ich dir nicht empfehlen würde, aber einfach interessant wäre es in der Tat, wenn du im, stell dir vor, du sitzt mit dem Kunden, da, Vorstandsetage, Sekretärin kommt rein und bringt vielleicht Wasser oder so für das Gespräch und du verlangst von ihr etwas, also quasi übergehst ihn und sagst dir, was super nett wäre, ich fühle mich so unterzuckert, haben sie vielleicht ein Stück Schokolade oder irgendwie sowas? Ja, das ist sicher keine Vorgehensweise, die ich dir standardmäßig empfehlen würde. Könnte auch sehr leicht als unhöflich verstanden werden und ist es vielleicht sogar auch, aber wenn natürlich dein Gegenüber mit sehr harten Bandagen spielt, dann musst du möglicherweise auch die Schrauben ein bisschen anziehen. Was du auf jeden Fall machen kannst und sowieso immer tun wolltest, ist Fragen stellen. Wer fragt, der führt. Total unspektakulär, immer einsetzbar, aber Fragen geben dir, und zwar die, die du stellst, nicht die du dir beantwortest, geben dir unglaublich viel Macht und Kontrolle in einem Gespräch. Schau drauf, dass du es bist, der die Fragen stellt. Was, wenn der Kunde die Fragen stellt? Gegenfrage ist das Mittel der Wahl. Kunde fragt, und was haben Sie mir mitgebracht, Schönes und was haben Sie anzubieten? Normalerweise verfällt der Verkäufer jetzt sofort in den Antwortmodus und sagt sowas wie, ja, da habe ich das und so weiter und so fort und der Kunde sagt, und was gibt es da noch? Also Kunde fragt, Verkäufer antwortet, Kunde fragt, Verkäufer antwortet und mit jeder Runde, die ihr so dreht, steigt seine Macht und deine nimmt ab. Und irgendwann bist du einfach nur mal der Antwortgeber. Besser wäre es, so zu reagieren, Kunde sagt, und was haben Sie mir Schönes mitgebracht? Darauf zum Beispiel zu sagen, mitgebracht habe ich allerlei. Ob das schön ist, weiß ich nicht, da müsste ich zuerst von Ihnen wissen, lieber Herr Sowieso, was ist denn schön für Sie? Also du parierst das Ganze mit einer Gegenfrage, die du ein bisschen einleitest, so wie ich es gemacht habe, zum Beispiel. Also wer fragt, der führt, wenn du sonst nichts mitnimmst aus dieser Podcast-Folge, dann schau, dass du die Fragen im Gespräch stellst und damit die Kontrolle und Führung über das Gespräch erhältst oder zurückerhältst. Ganz extrem wichtig. Als drittes Praxisbeispiel habe ich dir noch, oder dritten Praxisfall habe ich dir noch, was ein bisschen Extremeres mitgebracht. Was du wahrscheinlich schon erlebt hast, ist, du sitzt im Kundengespräch, plötzlich läutet das Telefon, und zwar das des Kunden, und der Kunde hebt ab und sagt sowas wie, oh, tut mir leid, bin gerade im Gespräch, ich melde mich später und entschuldigt sich dann bei dir. Das kann man durchaus durchgehen lassen, weil er hat halt vergessen, das Handy abzudrehen. Was aber, wenn der Kunde abhebt und das Gespräch nicht sofort beendet, sondern ein bisschen telefoniert. Also nicht sofort sagt, ja, du, gerade ganz schlecht, sondern sagt, ah, interessant und wie und was, und du merkst, das ist jetzt irgendwie ein Gespräch, das länger dauern könnte, als nur fünf oder zehn Sekunden. Ein, zwei Ideen dazu, was könntest du tun? Erstens könntest du, wenn du merkst, dauert länger, selber telefonieren beginnen oder mit dem Smartphone arbeiten. Das selber telefonieren anfangen ist natürlich die, wie soll ich sagen, härtere Version, härtere Strategie. Du könntest zum Beispiel aufstehen, dich ein paar Schritte entfernen, in die Ecke des Meetingraums gehen und dort telefonieren und beim Telefonieren zu verstehen geben, dass du deinem nächsten Termin mitteilst, dass du ein bisschen knapp in der Zeit bist und dass es möglicherweise ein paar Minuten später wird und da mit deinem aktuellen Gesprächspartner kommunizierst, du bist gefragt, dein Terminkalender ist voll und du hast nicht ewig Zeit. Das heißt, deine Zeit verknappen. Ob du tatsächlich ein Gespräch führst oder nur so tust, als ob, lass ich mal dahingestellt. Man muss sich immer vor Augen halten, das, was dein Gesprächspartner hier tut, nämlich im Gespräch in aller Ruhe ein Telefonat entgegenzunehmen und zu telefonieren, ist hochgradig, unhöflich und da kann man durchaus mit etwas härteren Bandagen auch selber vorgehen. Die sanftere Variante wäre, sitzen zu bleiben, das Smartphone zu zücken und ich sage mal, zu arbeiten beginnen, das heißt, Nachrichten zu schreiben, irgendwie sowas und dann, sobald der Kunde aufgelegt hat, selber nicht sofort beenden, sondern wieder ein paar Sekunden mehr warten, um so wieder auch zu signalisieren, was du kannst, kann ich auch und damit ein bisschen mehr wieder Macht zurückzubekommen. noch eine Variante, wenn der Kunde telefoniert oder anderweitig abgelenkt ist, es kommt irgendjemand rein und verwickelt ihn in ein Gespräch und er spricht auch tatsächlich mit dem, statt das zu verschieben und du merkst, es dauert ein bisschen, zur Toilette gehen, aufstehen, sagen, Entschuldigung, geh kurz zur Toilette, komm dann wieder, dann lass die Zeit auf der Toilette, so dass er dann auch wieder ein bisschen warten muss auf dich. Ja, das waren ein paar wenige Beispiele von den vielen, vielen Dingen, die ich im Buch Machtspiele im Verkauf gesammelt habe, mit dem Ziel, dir das Leben deutlich leichter zu machen in so manchen schwierigen verkäuferischen Situationen, die wir alle immer wieder mal haben. Und du wirst da drinnen finden, einerseits sehr einfach und, wie soll ich sagen, sanft umsetzbare Vorgehensweisen, wie zum Beispiel Fragen zu stellen, bis hin zu, ich sage mal, die Hardcore-Valianten, die du hoffentlich nie brauchen wirst, ist in jedem Fall ein Buch, das dir das Leben im Verkauf deutlich leichter machen wird. Ich bin schon gespannt, was du dazu sagst, freue mich natürlich auf dein Feedback, auf deine Rezension zum Buch. Ich habe übrigens für Testleser diese Woche, also wenn du dich gleich jetzt entscheidest, dafür das Kindle zum halben Preis. Ansonsten Taschenbuch gibt es natürlich auch, klar. und ich freue mich schon, was du dazu sagst. Wie gesagt, schreib mir gerne auch deine Meinung zum Buch, schreib mir gerne auch, wenn du noch weitere Ideen hast oder eigene Erlebnisse dazu, entweder per Mail oder auch auf einem der Kanäle, wo ich so vertreten bin. Für mich insgesamt betrachtet, was sicher eines der spannendsten Bücher, die ich in letzter Zeit geschrieben habe, weil ich eben darauf gekommen bin, dass so viele Verkäufer genau das brauchen und ich freue mich schon, wenn ich vielen Verkäufern bei ihrem Job ein bisschen helfen kann. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes und auch sonst diese Woche sicher auf allen sozialen Medien. Es freut mich wie immer, dass du dabei warst und freue mich, wenn du aus dieser Folge ein, zwei Dinge schon mitnehmen konntest, die dir deine Verkaufsgespräche mit möglicherweise speziellen Kunden leichter machen und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.